Hier ist der Abonnent Ich mach jetzt ein Video Ich zeig euch hier ein bisschen was ich hier denn hab ein paar hier Dioden Transistern Was hab ich hier denn noch? Noch ein Solarmodul Hier hab ich jetzt Ähm Die Intuos auch noch Lichtempfindlichkeits Da hab ich noch den Rest und meine andere Karten LED her Hier eine Spule hab ich auch noch Für Für die Juntie So Leute Ich sag mal Ciao Danke für die 323 Abonnent Ich hoffe dass ich Mac bekomme Manche Leute Ciao 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 Ciao